Was geht ab Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Heute reagieren wir mal auf Mois sein Video. Er klaut ihr Handy, doch der Junge hilft dir. Ich habe es mir selber noch nicht angeschaut und ich würde sagen, wir schauen uns das Video gemeinsam an. Let's go! Ich küss dein Herz, Bruder. Ich küss dein Herz, Gott. Ich küss doch deine Seele, Bruder. Guten Morgen, Österreich. Zu einem sehr krassen Video. Heute werden öffentlich Handys geklaut. Von keinem anderen als den originalen Polen. Lukas, mein Bruder, wie geht's dir? Ich dachte, du bist Pole. Du passt heute in die Rolle des Handydiebstahls am besten rein. Und die, von der das Handy geklaut wird, ist eine Kollegin auf unserer Arbeit, Luna Abla. Wie geht's dir? Also sie wird hier in diesem Handy quasi, in dieser Tasche, so ihr Handy haben, okay? Und die wird irgendwo stehen, du wirst vorbeigehen und ihr Handy klauen. Wir werden gucken, wie Leute reagieren. Und wenn irgendein beschissen, gottloser Ehrenmann reingreift und sagt, hey, dein Handy wurde klaut, bleib stehen. Dann sagst du, Bro, das ist nur eine Kamera. Und dann komme ich rein und sage, Digga, du beschissener Ehrenmann. Das kann doch nicht wahr sein. Und geb denn das hier. Schon stark. In dem Sinne spielen wir kein Casino. Das heißt, man sollte jetzt dieses Video liken, damit wir mehr Geld haben, um es weiter zu verschenken. Dankeschön. Ich würde sagen, Sevens ist der beste Ort, um euch loszuschicken, Bruder. Ich weiß auch nicht, so wie du dich verhalten wirst. Ich mag das schon. Du machst das schon, ne? Ich vergesse nicht, warum ich das nicht. Ich vergesse nicht, warum ich das nicht. Ich länder einfach nur rum. Du hast keinen Plan. Ich habe keinen Plan von euch. Du hast einen stressigen Tag gehabt. Oh, schon was gefunden. Du hast einen stressigen Tag gehabt und du vergisst einfach gerade, dass du da ein Handy hast. Normalerweise hast du es zugemacht. Ja, ja. So auf den. Das ist das Ziel. Also, ich wünsche euch viel Spaß und Glück und Erfolg. Es kommen schon ein paar Leute. Okay, Lukas. Wo ist Lukas? Okay, der ist irgendwo da. Nein, das hat keiner gesehen. Lukas war zufrieden. Lukas, zufrieden. Selbst ich habe es nicht gesehen, Mann. Du bist ein bisschen langsamer. Du bist ein bisschen langsamer. Wir müssen uns auch besser aufteilen. Langsam kriegen wir alle mit, dass ich hier bin. Der war zu schnell. Er geht, er geht. Er hat Handy gefaut, die haben das gesehen. Also, sauber. Doch, doch, hier, hier. Einer hat reagiert. Nein. Hat er nicht reagiert? Nein, 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 nein. Hat nicht reagiert? Dann ist rausgefallen, ne? Ich wollte schon ohne gehen, Mann. Zwei Leute haben geguckt, aber... Ja, aber so, weiter so. Genauso weiter. Schaut mal Leute, die Frau da hinten, die überlegt gerade, soll ich ihr was sagen, soll ich ihr es nicht sagen, mal sehen was sie jetzt macht und ich bin selber gespannt jetzt. Ich habe ihn nicht gesehen, die haben das gesehen, die haben das gesehen, also die älteren, 1 zu 1 hat das gesehen, hat dich angeguckt und hergeguckt, wollte sogar kurz überlegt dich anzusprechen, aber was für ein Mixer. Die Jungs haben ein Auge gepumpt, das habe ich nicht gemacht. Ist gut. Warte. Danke Junge, da ist die Kamera. Hier Bruder, du hast dir einen ehrlichen Honig verdient. Du bist ein guter Mensch Junge, doch. Danke. Doch Bruder. Danke. Wir sind ein Prank, Mann. Sehr süß, Alter. Sehr gut gemacht. Zuerst auf Gott geguckt und dann Honig verdient. Danke, Holger. Stark. Der andere kann es immer noch nicht glauben, der hier. Der hat eben so geguckt, was geht hier ab? Ist das jetzt wahr oder wollen die mich gerade verarschen? Der glaubt es immer noch nicht. Sehr stark. Wenn ihr mich gesehen hättet, wüsstet ihr. Aus der Ecke. Aber das zeigt, dass du ein gutes Herz hast. Das ist wichtig. Sehr gut gemacht. Ich küss dein Herz, mein Bruder. Sehr gut gemacht. Du bist der beste Bruder. Ciao, ciao. Ja, sehr gut gemacht. Wir haben eine Kamera hier. Sehr gut gemacht. Hier ist die Kamera, unsere. Hier ist unsere Kamera. Wir drehen uns ein Bild. Wir drehen uns ein Bild. Bruder. Danke dir. Wir haben getestet, wer ein guter Mensch ist. Doch Bruder, du bist ein guter Bruder. Nein, ich brauche nicht. Doch Bruder. Gute Menschen sollen heute belohnt werden, es ist auch Ramadan, gib du für uns, ich auch Bruder, da sind genug, gib du für uns inshallah, aber wir wollten nur zeigen, dass es gute Menschen gibt, aber ich brauche den nicht. Geben wir zusammen dann, dann gib ich 50 und du 50. Ja, gib einfach. Zusammen, wir sind doch alle Moslems, sagst du. Ja. Hier, schau Bruder, warte, hier, nein, 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 warte, hier saß einer, gleich Abla, eine Sekunde, gibt es hier jemanden? Nee. Bruder, wenn du für uns spendest, bitte Bruder, für uns beide inshallah, für uns beide, bitte Bruder. Ich küss dein Herz, ich weiß, an Moshe oder wo du willst, Bruder. Ja, alles klar, ich werde das geben. Okay, Habib, ich danke dir auch, dass du ein guter Mensch bist, das ist noch besser, das ist noch schöner, Bruder, schick in die Türkei inshallah. Ich küss dein Herz und wir haben gute Tat gemacht am Ramadan. Verstehst du? Danke, Habib. Danke schön. Freunde, ein kurzer Werbe-Break. Es muss natürlich sein, dein RTL. Heute geht es um hol dein Bonus ab. Zum Glück war diesmal Lukas ein korrekter Pole. Stark, aber es muss ja nicht immer so sein. Manchmal brennt dein Haus ab. Manchmal bricht dein Handy. Manchmal hast du hier einen Unfall und was passiert mit einem teuren Gegenstand. Und in dem Fall ist es natürlich immer gut, eine Haushaltsversicherung abzuschließen. Und mein Kollege gönnt euch für eine Registrierung dort einen süßen Gutschein. Auf ganz entspannt, Freunde. Und da kriegt ihr wirklich preis-leistungsgemäß die besten Angebote, die es überhaupt gibt. Und wenn ihr euch da anmelden wollt, geht bitte in den Link in der Beschreibung. Es würde mich sehr erfreuen, wenn ihr das tut. Weil dann in Zukunft mehr Cash fließt und man damit mehr gute Taten ermöglichen kann. Das wäre nice. Also, geht in die Beschreibung. Klickt auf hol dein Bonus ab.de und schließt Versicherungen nur auf hol dein Bonus ab.de. Und wenn ihr zu dumm dafür seid, schreibt ihr einfach auf Instagram an. Hol dein Bonus ab. Noch heute. Und dein Gutschein um ein Fuffi. Baller los, gute Herr. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Wir haben eine Kamera. Sehr gut. Mois kommt. Wir haben ein Experiment gemacht. Und schauen, ob die Leute nett sind. Du bist nett. Und versucht, ihr zu helfen. Das ist warum. Nein, danke. Bitte. 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 Geh es für uns. Gib es jemandem. Die hat aber gleich reagiert, ne Leute. Die ist gleich hinterher gesprintet. Es war ja auf halber einen Sprint. Marathonläuferin. Somebody, der braucht. Bitte. 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 Geh es für jemanden und gib es jemandem, der es braucht. Nein, nein. Aber das ist ein Experiment. Aber ich... Ich glaube nicht. Aber du verdienst es. Sie versucht, mich mit meinem Telefon zu helfen. Ja. Gib es jemandem. 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 Okay. Respekt, Mann. Die hat es nicht angenommen. Stark. Wir geben es einem Obdachlosen. Ja. Aber sie war auch sehr korrekt. Ja. Sie war sehr korrekt, Digga. Muss man wirklich sagen. Sie kam direkt. Ja, ja. Aber ihr macht das sehr gut. Danke. Macht weiter. Ja. 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 Gerne, mein Bruder. Kauf deine Mama irgendetwas Schönes, inshallah, okay? Küsst dein Herz. Wie süß der Kleine war, ne? Eine richtig geile Aktion, Mann. Der Arme. Wie die Tränen geflossen sind. Ne, nochmal. Nochmal. Let me be, let me be. Let me be free. Let me be, me. Ne, du hattest kein Flörger loszumt. Danke dir, danke für das, danke, dass es uns geholfen hat, danke dir, danke dir. Abi, weil du süß bist und da Kamera ist irgendwo, ich weiß nicht, wo sie ist, hier 100 Euro für das Essen heute, Bruder. Ja, danke schön. Ich küss dein Herz, Bruder, guten Appetit. Danke schön. Aufpassen. Ciao, ciao. Stark. Die Name mit dem Kopf, die hat auch was gesagt. Ja? Kannst du ihr auch süß? Aber natürlich nicht. Schwedl, ihr habt auch verliebt noch was gesagt, deshalb dachte ich, ich gebe euch auch noch eine kleine Skype. Danke. Schwedl, vielen Dank. Weiter so. Das ist ein Mäuschbeter. Ja, ja, genau. Cool. Schönen Tag wünsche ich euch noch. Vielen, vielen Dank euch. Ciao, ciao. So, ich würde sagen, es war ein süßes Video. Ihr habt eine gute Arbeit gemacht, die Jungs und mehr. Es alle, danke schön für deinen Ansatz, Abla. Die Tasche musst du dir noch abheben. Aber war lustig, oder? War lustig, ne? Also, wie fandet ihr die Menschen? Der Kleine war mir das Messer, die Kleine. Der Kleine war süß, ja. Der Kleine hat, ne? Also, Menschen haben doch noch Herz, würde ich sagen. Tag. Also, in dem Sinne würde ich jetzt einfach nur das Video liken und sich verpissen. Dankeschön. Bitteschön. Ja, Leute. Auf jeden Fall war es wirklich ein gutes Experiment, was der Moist da gemacht hat. Und da kann man auch wirklich erkennen, welche Menschen da zugreifen, wer hilft und wer einfach nichts sagt und, ja, einfach wegsieht. Das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Aktiviert die Glocke. Lasst ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Wünsche euch allen einen schönen Tag. Bleibt gesund. Und bis dann. Tschau.